Alten- und Pflegeheim Kliniker? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Umer. Ja? Können Sie bitte ein kleines bisschen lauter sprechen? Aber sicher. Ich bin 84 Jahre alt. Ja? Ich wollte mich mal erkundigen, ob man bei Ihnen hübsch wohnen kann. Ja, bei uns können Sie hübsch wohnen. Haben Sie schon eine Pflegestufe? Weiß ich nicht. Ja, sonst ist es bei uns sehr schön. Sehr schön ist es bei Ihnen. Ja. Wie, schön? Sehr schön. Das ist schön. Wollen Sie mal, weil ich komme nämlich mit dem Fahrzeug. Ich brauche einen Porsche, ob Sie einen Stellplatz oder einen Diebgarage für mich haben. Nee, also damit können wir nicht dienen. Aber können Sie, haben Sie nicht. Nee, wir haben auch keinen Fahrstuhl. Keinen Fahrstuhl? Nein, wir sind ein ganz altes Haus. Ach so, sagen Sie mal, wie ist das Essen? Das Essen ist gut. Wie bitte? Das Essen ist gut. Das bekommen Sie aus Berlin geliefert, aus unserem Haupthaus. Aus Berlin? Aus Berlin. Sagen Sie mal, wie sind denn die Zimmer? Die Zimmer? Alt. Was haben Sie gesagt? Die Zimmer sind sehr klein. Sie haben doch was anderes gesagt, vorneweg. Ja, die sind alt. Es ist ein altes Haus. Wie sind die Einrichtungen, frage ich? Spartanisch. Spanisch? Spartanisch. Haben Sie Zigaretten halt gemeinten? Haben wir auch nicht. Wie weit ist denn bis zum nächsten Puff? Eine Minute. Ist nicht weit weg. Nein, der hält hier fast vorm Haus. Nein, nicht der Puff, der Puff. Was? Der Puff. Der Puff? Der Puff. Der Putz? Der Puff. Was ist mit dem Putz? Der Puff. Ich will doch auch mal, wenn ich mir nicht mehr süß, mich doch mal in den Puff gehen. Ach so. Ach, na sowas gibt es hier nicht. Wie bitte? Können Sie auch? Was haben Sie gesagt? Da können Sie auch hingehen. Radio PSA. Sinnlos Telefon.